Anscheinend habt ihr wieder Bock bekommen, Custom-Levels zu bauen, denn ich begrüße euch zu einem neuen Part von Let's Play, eure Custom-Level in Super Mario Flash. Heute ein Custom-Level von Tessa Klug, hatten wir schon lange keines mehr von Tessa Klug, glaube ich, war schon lange her. Das heißt Mario.jgp, ich glaube so heißt eine Bilddatei, also wenn man sich ein Bild runterlädt, heißt so die Bilddatei. Und wir haben hier Super Mario World Musik, oh mein Gott, ein Pilz und Super Mario World Boden und Super Mario World Hintergrund und das ist nice. Okay. Oh mein Gott, ich glaube es war nicht angedacht, dass man hier hoch kann, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, oh nein, oh mein, oh mein, okay, ich bin nicht tot, habe ich das Gefühl. Ja, denn, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, diese Pilze, echt schön gemacht auf jeden Fall bis jetzt. Okay, und ein weiterer Pilz, nice, nice, nice. Oh mein Gott, das sind ja mehrere. Denn, okay, waren zwei. Boah, nice, hier kann ich jetzt alles kaputt machen. Was, der hat sich da reingepackt? Ach so, und wenn ich den jetzt, oh, das ist, das ist schlau. Ah, nee, ich kann ihn so besiegen. Okay. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Okay. Okay, hier ist ein Zaun, der sieht auch schön aus. Bis jetzt wurden beim Boden immer daran gedacht, das zu machen. Oh, okay. Den können wir mit einer Blume besiegen, das wissen wir schon aus vorherigen Parts. Und da habe ich es geschafft. Und da ist das Ziel. Oh mein Gott, das Level. Das Level war echt gut. Da kann man nichts sagen. Das war nice. Das mit dem Mama-Bruder habe ich nicht ganz verstanden, als er da drin war. In seinem Leben. Als er in seinem Leben drin war. Aber ansonsten war das echt nicht schlecht. Das war richtig nice, Leute. Da kann man nichts gegen sagen. Das war echt cool, das Level. Das würde ich sagen. Das hat eine Wertung von... Ja, es gab jetzt keinen Boden. Ah, keine Ahnung. Ja, komm. 100 Prozent. Ja, komm. 99 bis 100 Prozent. Ja, ich sag jetzt 100 Prozent. Ist mir egal. 100 Prozent. Das war ein richtig, richtig, richtig cooles Level. Ich verstehe jetzt aber nicht den Namen Mario.jgp. Ist mir jetzt auch egal. 100 Prozent. Ja, 99. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Also meine Wertung ist zu 99 bis 100 Prozent. Das war echt geil, das Level. Danke für das Level. Ihr habt wieder Bock bekommen, welche zu bauen. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss. Tschüss.